Plus Genetics, abgekürzt Plus Genet, ist eine wissenschaftliche Zeitschrift, die von der Public Library of Science veröffentlicht wird. Die erste Ausgabe erschien im Juli 2005, sie erscheint monatlich. Veröffentlicht werden Studien, die für ein breites Publikum von Interesse sind und erhebliche Fortschritte im Verständnis von biologischen Prozessen darstellen. Die Themen umfassen Genentdeckung und Genfunktion, Populationsgenetik, Genomprojekte, vergleichende und funktionelle Genomik, medizinische Genetik, Biologie der Erkrankungen, Evolution, Genexpression, komplexe Vererbungsgänge, Chromosomenbiologie und Epigenetik. Die Zeitschrift gewährt einen offenen Zugang zu allen Artikeln, die Kosten für die Veröffentlichung tragen im Wesentlichen die Autoren. Der Impact Factor lag im Jahr 2014 bei 7,528. Nach der Statistik des ISI Web of Knowledge wird das Journal mit diesem Impact Factor in der Kategorie Genetik und Vererbung an 14 Stelle von 167 Zeitschriften geführt. Chef-Herausgeber sind Greg Barsch und Greg Kopenhauer.